Ah, so böse! Und, hat sich was geändert an der Fahrphysik? Einiges soll sich verändert haben. Es soll sich verändert haben, ich frage ja euch. Der Fahrphysik hat jetzt nicht so viel gemacht. Ich habe den Fetzler auch mal probiert und habe auch nichts geführt. Und er ist ja am Vormenautos erst mal. Ja und dann ist Strahlverein. 1-2 ist aber ein Klasse. Stimmt, 1-4-1. 1-4-8-1. Ich darf das nicht. Und wir haben keinen Schaden. Aber ich nicht. 1-4-1. 2-4-1. 2-4-1. 1-4-1. 1-4-1. 2-4-1. 1-4-1. 1-4-1. 1-4-1. Oh, da kommt jemand! Ich bleib hier, ich bleib hier. Ich hab eben weh auf der Mutter. Hände, Hände! Standardauschälen! Ach komm, wirst du weggedrehen. Klasse! Oh, boah! Junge, ist das hier eine Katastrophe. Nehmen wir mal den beiden. Schöne Stadtfahrt, ne? Ich bin fast gestorben. Alter! Ich hab das Lenkrad schon schief stehen. Ja, guter Rejoin, immer am besten. Ja, genau. Richtig. Einfach reinfahren und dann Gas geben. Gut. Oh, was kutscht der denn jetzt so? Alter, ist der mit den weißen Autos hier durch die einen Top Speed? Das sind doch die McLarens. Alter, der ist doch an mir vorbeigefahren. Oh, nein, nein, du! Entweder. Wer fährt denn hier in die Karre, Alter? Nein, ich. Du hast getriftet, du warst langsam. Ja, trotzdem müssen wir in die Karre fahren. Du bist getriftet, du warst langsam. Scheißegal, ich fahre gar nicht langsam. Du bist überhaupt langsam. Ich fahre mit Absicht. Ich muss sagen, ich bin auch getriftet. Wir haben einen Doppel-Drift gemacht. Ah, ja. Ui, ui. Licht ins Gras. Das ist ja so schnell, ne? Ui, ui, ui. Das ist ja so schnell, ne? Oh, nein, du hast noch etwas. Das Das ist ja so, wie du sagst und wie du sagst. Bögen Sie? Ja, das ist ja so schnell. Das ist ja so. Interessant. Gemüse! Oh, rutscht der raus! G.S.E. Racing! Einfach G.S.E. Racing, da hast du's. Jetzt ist es mit dabei, oder? Wir fahren acht Runden, ne? Ja. Hallig. Geil, meine ganzen Komponenten. So geht die Karre hin und her. Weil die Lenkübersetzung minimal ist, weil die Lenkübersetzung falsch ist, muss man die Lenkübersetzung theoretisch umstellen. Theoretisch. Mach ich aber auch nicht. G.S.E. Racing. Und? Ich gewöhne mich einfach kurz ein bisschen. Ah, mein Auto geht gar nicht weg. Wie werde ich denn? Zurück von B3 auf die B15, glaub ich. Ich hab ja bei Schadding was falsch gemacht. Vielleicht zu viel Gas gegeben? Ah nein, jetzt hab ich den Scheife schaden. Die Leute eigentlich in die Innenraum haben wir schon noch mal. Ja, ja, ja. Warum blockierst du jetzt auf einmal? Oh, ich hab Schaden. Ich hab's gerade einen riesen Crash von mir. Ich muss in die Box. Ey, der Start, der war ja. Heftig. Was ist denn das? Guck mal. Ich hab's Auto komplett verloren. Guck mal hin. Okay. Also beim Start mein ich. Also komplett verloren. Ich hab einfach. Die ganze Seite durchdrehende Räder gehabt. Und B2 zurück auf. Und B2 zurück auf. Und B2 zurück auf die. Gia Trail. Guck mal hin. Guck mal hin. Irgendjemand wollte doch nicht akzeptieren, dass ich ihn überholen könnte. Ah, diese Double Shifts, Alter. Die sind voll mein Gehirn. Oh, Wachtel, langsam, Junge. Der Racer ist geil. Wow, das ist toll. Das ist ein bisschen Laune. Es war klar, dass der Ju wieder hier zum Rhein bremst. Was das Auto verliert. Irgendetwas kann ich sehen. Oh, nice. Beter Giffgain. Das wird aber noch passieren, oder? Das Geparke finde ich jetzt gar nicht so schlimm, weil jeder will eine Runde fahren. Oh, der Ferrari hinten. Der Ferrari! Der auch noch. Ja, wenn alle langsam machen, dann heißt es, alle anderen müssen Vollgas geben. Ich habe mich geblockt. Ich habe nichts mitgekriegt. Ich habe nichts mitgekriegt. Gar auf der Seite. Hier auf der Seite. Dort. Wer da .. toll. omas